Ach, dieses YouTube. Irgendwann muss ich hier auch mal ein bisschen mehr machen. Ich weiß noch nicht genau wann und wie, aber irgendwas wird mir da schon einfallen. Vielleicht werde ich mal ein paar Minecraft Let's Plays machen oder ein paar lustige Katzen-Videos hochladen. Vielleicht auch was ganz anderes. Abwarten.